Acht Stück, das reicht doch nie und nimmer. Wir können gleich wieder verzaubern. Was heißt gleich, ne? Es wird schon noch ein bisschen dauern. Ach ja, Türen. Türen wollte ich mir noch eben machen. So. Zwei Stück. Mehr Glas. Äh, seht ihr was, was ich sehe? Und ich hab doch da auch einen Creeper gesehen, oder? Oder täuscht mich das jetzt? Hab ich eine natürliche Monsterfalle gebaut, oder wie? Glaub's ja nicht. So, eine Tür. Zweite Tür. Äh, Druckplatten. Zwei Stück. Okay, geht. Kann ich die eigentlich auch aus dem Holz machen. Aber die sehen genauso aus, ne? Bleibt sich wieder mal gleich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir brauchen mehr Glas. Und wir brauchen auch noch mehr Leben, ne? Ich komm einfach schon wieder zu nichts. Einfach zu viel zu tun. Das heißt, ich brauche acht für das eine Fenster und noch zwei für das andere. Einfügen. Zwölf Stück. Da sind die zwei Glas, die ich noch brauche. Abwärts. Nein, noch nicht in die Mine. Hm, hm. Das dauert noch. Na klar, schmeißen wir mal das Diamantschwert weg. So, jetzt zufällig wieder Monster. Nein. Eins, zwei. Und hier noch die letzten acht Stück. Und bevor wir wieder Monster spawnen. So. Das passt jetzt. Hm, 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 hm. Soll ich jetzt wirklich schon in die Mine gehen? Ich muss. Klar, ich könnte das Dach von der Halle auch noch machen. Aber ich brauche jetzt erstmal ein paar Dias. Wie sieht es denn eigentlich mit Essen aus? Haben wir da noch irgendwas? Elf Äpfel. Die nehmen wir doch mit. So, die Erde bleibt da. Das bleibt alles da. Da, 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 da. Ich brauche noch eine Schaufel. Und eine normale Spitzhacke. Zack. Wir haben echt fast... Oh, wir hätten hier noch blaue ziemlich viele. So. Mehr Sticks. Fackeln haben wir sicherlich auch noch irgendwo. So, erstmal zwei Schaufeln. Als nächstes, äh, zwei normale Spitzhacken. Eine. Zwei. Denn die, ähm, Fortune 2 möchte ich ungern die ganze Zeit benutzen. Dafür ist sie einfach zu gut, falls ich Diamanten finde. Fackeln. Fackeln hatten wir doch auch sicherlich noch. Eine. Mhm. Was macht denn hier eine einzelne Fackel drin? Fackel hatten wir auch noch irgendwo. Das weiß ich. Glaube ich. Oder auch nicht. Hier ist auch noch eine. Warum sind denn hier einzelne Fackeln drin? Das ist ja mal gut, ne? Hm. Na, guck mal. Wir hätten hier... Kommt. Wir lassen mal die Äpfel da. Wir nehmen uns mal Sticks mit. Das sind echt keine Fackeln mehr. Okay, dann nehmen wir uns die Sticks und die Kohle. Werden wir das hier kurz einfügen. Und werden uns ein paar Fackeln machen. So. So, bitteschön. So, eine normale Spitzhacke. Die packen wir uns hier hin. Eine Schaufel. Moment. Kann ich mir vorher nicht noch eine Bag machen? Canvas Bag, äh, Alchemical Bag. Was, was brauchen wir für die? Äh, kein Rezept. Warum kein Rezept? Seed Bag. Das ist aber nicht die richtige. Ich bräuchte eine Alchemical Bag. Äh, okay. Dann gibts die das nächste Mal. Ich werde mir dann das Rezept draus suchen. Ich werde eh nur noch neun Minuten aufnehmen. Also, das heißt, die Stunde voll machen. Und dann werde ich mal gucken, äh, wie das Rezept für die Tasche ist. Denn ich bräuchte dringend eine. Richtig dringend. Hm. Das ist ja mal wieder gut, warum ich, warum ich hier das nicht angezeigt kriege, äh, mit der Tasche, ne? Eigentlich könnte ich doch hier, äh, einen Dreiergang machen. Das reicht mir doch vollkommen. Auf Höhe 11. So, erstmal hier schön wieder Eisen mitnehmen, wenn wir das schon so, so finden, ne? So, wir brauchen jetzt mindestens eigentlich so 15 Diamanten, ne? Für eine Query, dann, ähm, für, 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 für das Glasfaserkabel, viel zu viel. Na, super. Geht doch. So, das gleiche Spielchen hier nochmal. Oh, das ist gefährlich, was ich hier mache, ne? Normalerweise sollte man nie Blöcke unter sich wegmachen. Oh, dieser Gravy. Noch mehr Gravy. Okay. Noch mehr. Ach, du Schande. So, weg damit. Äh, ich hoffe, jetzt ist er mal genug mit dem Gravy. Oh, ich glaube, wir haben's. Bitte einmal Dias. Eisen nehme ich zwar auch gerne mit. Aber Dias wäre mir im Moment lieber. Wobei, ne, ich, ich, ich brauche das Eisen, ja. Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, ich möchte das Eisen nicht haben. Ich brauche es ja immer noch. Nachdem ich das letzte Mal festgestellt habe, dass ich ja nicht wirklich viel Eisen habe. Aber das ändert sich, sobald die Query da ist. Jetzt finde ich natürlich richtig viel, ne? So. Gold brauchen wir auch für Goldpipes. Dann für das goldene Kabel der MFE brauchen wir auch Gold. Ah ja. Sehr interessant. So, haben wir jetzt hier alles? Ja. So, das war's. Oh nö, ich sehe schon wieder hier, hier Gravy. Mal vordechts halber, wie viel ist das denn? Geht das hier schon wieder weiter? Ich sehe da eine Höhle. Wird mir jetzt sicherlich gleich ein Creeper auf den Kopf fallen. Aber bevor das passiert hier, lieber zu machen. So. Ich traue den Biestern nicht. Springe einem gerne auf den Kopf. Aber richtig gerne. Eigentlich könnte ich doch hier mal... Kriege ich hier mehr raus? Einen. Einen. Ich glaube, dass das bei den Ärzten an sich nicht geht, ne? Nur bei Sachen, die rauskommen. Wie zum Beispiel bei Kohle. Aber Kohle werde ich sicherlich nicht mit meiner Glücksspitzhacke abbauen. Das muss dann auch nicht sein. Pling, pling. Und sollte ich Level 30 werden, hier unten, ne? Ähm. Dann gehe ich zuerst nach oben. Werd, äh, die Verzauberung machen. Und werde dann wieder nach unten gehen. Das war mir die letzten Male einfach... Ich habe mich so geärgert, ne? Dass ich hier... Dass ich hier meine... Passt schon. Dass ich hier meine Level verloren hatte, ne? Dass ich sage, mit 30 hoch verzaubern. Und dann kann es von mir aus wieder nach unten gehen. Und außerdem alles, was über 30, äh, die Level sind... Äh, Moment. Das bitte schon mit der Spitzhacke abbauen. Also irgendwie habe ich so das Gefühl... Die Diamanten sind gerade im Moment Mangelware. Ich sollte mir das vielleicht endlich mal wieder so legen. Ja, uns fehlt einfach die Divining Rod, ne? So, sonst noch was da? Nein. Level 26. Dias, wo sind meine Dias? Und zack. Und wieder zumachen. So, hier vielleicht hinter der Kohle Diamant, ne? Das wäre episch. Aber irgendwie glaube ich ja nicht so dran. Ich finde hier schon wieder alles, ne? Nur nicht das wegen, was ich hier eigentlich unten bin. Und was ich unbedingt mal machen möchte, ist, äh, in, in, in dieser Minecraft, äh, Version, ein paar Tränke braun. Da hätte ich mal nicht, äh, richtig, da hätte ich nicht Lust drauf. Ne. Würde ich gerne mal machen. So, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Okay. Ach ja. Ach ja. Boah, was sind denn das für, für Kohle Vorkommen? Das ist ja Wahnsinn. Ähm. Ach ja. Mhm, 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 mhm. Verstehe. Es geht, oh, endlich. Ähm. Zack. Da gleich zwei rausgekriegt. Wie bitte? Nur ein Diamant? Das kann jetzt nicht sein, ne? Da muss ich gleich noch ein bisschen, äh, rumbauen hier. Da freut man sich über Diamanten und was ist? Scheißendreck, ne? So, lass mal, lass mal hier weitersuchen. Ich glaube, das war wirklich nur ein Diamant, ne? Ein doofer Diamant, das kann doch nicht sein, ne? Können wir hier nochmal gucken? Ne. Ne. Das war nur ein einziger Diamant. Ja, zum Glück habe ich die, 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 die Glückspitzhacke dabei und habe zwei rausgekriegt. Wäre natürlich geil, wenn man da mal so, so, so drei, aber ich glaube, da braucht man vom Glück her ein bisschen mehr. Weil wir haben ja hier auch noch, nur, nur, nur Glück zwei drauf. Wäre natürlich geil, ähm, wenn wir irgendwann noch eine Spitzhacke mit Glück hätten, ne? Und könnten die dann zusammenführen. Dass wir da keine Ahnung, Glück fünf oder so hätten. Wer weiß, wer weiß. Wie geht's. Wie geht's. Vielen Dank.